Hallo, Willkommen in Uncon, ich war meine Kleine von der Weike zu Spyro 2, Raptors, Mut auf Spyro, ne, auf das Tor zu Glimmer und auf Spyro, Folge 11. Ja, leider habt ihr die, ähm, ja, Sequenz gesehen, sorry for dead. Können wir da runterspringen, mal, mal, mal. Äh, oh, ich dacht schon, oh, oh, okay. Cool, dann geht's ja doch weiter. Einer fehlt noch. Okay, habt ihr das gesehen? Hm, trotzdem fehlen ja noch welche. Aha. Und eine Kugel fehlt hier wohl noch, mhm. Aha. So, komm. Yay. Sorry, äh, dass ihr das gesehen habt. Ah, ja. Vielleicht seid ihr dann heiß drauf, äh, das Ende zu sehen, also. Hm, wo sind denn noch welche, wo könnten noch welche sein? Aha, hier. Hm, nein. Spyro, sammle noch. 377. Ah. Guck mal, da ist ein fetter Stein. Aber kriegen wir den kaputt? Yay. Oh, alle Kugeln. Gartenarbeit. Eine Trophäe bekommen. Okay, jetzt ist er nicht mehr da. Alles klar. Ich will extra nicht gucken, wo das ist. Hier vielleicht. Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Wusstet ihr das? Hier hinter. Hinter das Tor. Ja, mein Ohr. Da lehnt er ein anderes Tor. Oder davor. Nein! Das ist doch ein schöner Sound, ne? Hm. Ah! Tada! Mal schauen, was Puffer ist. Thank you. Danke, dass du dir aggressiv wirst, ne? Nö, das war falsch. So. Zu welchem war das nochmal? Sommerwald? Ne. Herzliche Heimat. Na, wie viele Folgen noch? Drei? Oder vier? Oder mehr? So, Breakpoint nicht, sondern Spyro. Das Abenteuer geht weiter und ich hab mich vergessen zu stricken. Okay. Äh. Hoch mit uns. Von den wunderschönen Faunen. wenn ihr versteht hier runter hinter ihnen noch zwei ne wir brauchen eine Hügel und saftige schattige Oase mann und Finder so gut mit der Rezeptanz was passiert was passiert ist passiert fertig Scheiß jetzt trotzdem machen kann man das überspringen mieter ziehen ich brauche die ich brauche natürlich lustig warte 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 Kann ich euch eigentlich kaputt machen? Ne, leider nicht. Ich habe welche vergessen, oh mein Gott. Hm, das sind leider nur nicht alle. Mal jedes auch zum drauf springen? Hm, vermeiden. Hmhmhmhmhmhmhmhm** Was ist eigentlich auch verändert? Hören wir mal rein. Wie schön frei zu sein. Oh, dann wäre er ein Schwein machen. Du hast alle Saatüren nicht. Gengai-Shin. Darf ich raten? War klar. Einfach still halten, Adek. Einfach still halten. Äh, äh. Oh Gott. Ich möchte experimentieren mit einem neuen Trank und würde ihn gern tecken. Toll! Bäh! Ja, Mann, das war zu... Ne. Was meint das so gut geklappt? Kann sie da nicht alleine machen. Fuck, fuck. Meine Füße fühlen sich schon besser an. Passt du bitte hier auf... Wir haben es schon. Erdformer in den Hintern. Okay, komm später wieder, dann erledigen wir das. Wenn du schon da bist... Gut, wenn ich einen Erdformer mit einem Pfeil treffe, machst du einen Kopfstoß, bevor er wieder hochkommt. Du weißt ja, erst springen und dann Aktion drücken. Triff Erdformer mit Kopfstößen, nachdem Jäger auf die geschossen hat. Okay, gucken wir uns das erstmal an. Aha. Okay. Okay. Wir sind ein tolles Team. Hier, das wollte ich dir malche Misten geben, aber ich bin gerade sauer auf ihn. Kein Wunder, er will ja auch. Okay, fast alle hab ich. Die Frage ist... Wo ist hier Scheißdor? Wisse, ich hab eine Idee. Ich hoffe, sie funktioniert. Wo ist der Archimist überhaupt? Ich war so sicher, der Trank würde Stein in Gold verwandeln. Vielleicht fehlt nur Salz. Okay. Hier ist Lava, ja? Oh, da, da. Hä? 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 Oh, was macht der Schwein da? Und man sieht ja auch gar kein Gürkchen, ne? Oh, ein Drache. Vielleicht kannst du helfen. Meine Freundin ist in dem Raum eingesperrt und der Schlüssel ist weg. Und um diese Uhrzeit arbeitet kein Schlüssel... Okay, das ist wohl der Weg. Und um ein Chiefer. Okay. Ich bin jetzt gleich mal wieder. Ich bin noch nicht wieder. Da bin ich eine Fläche. Also bin ich. Oh, nein. Und ich bin noch mehr. aber wo ist die scheiß power ab dieser töne die hier leben könnten den stein mit magisch hmm Hmmmm Ich habe keinen Geert gesehen Aha Aha, oh, okay. So, dann kriegen wir das doch hin, ne? Ah. Und das habe ich so lange gesucht, ich... Fakerein. Oh, zum Glück hast du diese Tür für mich aufgebrochen. Ich dachte schon, ich komme hier nie raus. Ich habe diese schicke Kugel gefunden. Bitte nimm sie. Bitte, Christa. Oh, das sind die letzten. Hä? Ah. Ja, ganz vergessen. Lassst du mich aus? Ich kann die nicht mal kaputt hauen? Hä? Voll doof, Mann. Warum? Ich verstehe das nicht. Okay. Wir versuchen... Wie wohl die PC-Steuerung müssten? Och, nein! Ja, vielleicht war das gut so, dass ich ihn da... ... dahin gebämmt hab. Wir brauchen das und alles, was ich... ... häh... ... häh... ... häh... ... häh... ... häh... Zack 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 Lechomi Zack 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 Aber jetzt meine Hilfe Zack Nein! Wir öffnen Gott! Fuck! Warum?! Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Kur mal Dein Scheiß Mine ja habt ihr das gesehen das funktioniert jetzt doch nicht attraktiven attraktiven bösen blablabla nein wieso ab na haude ich glaube das sind locker nach drei oder vier folgen wenn es kommt also bis folge 15 oder 14 ne stimmt da kommt ja noch das drachenufer also 16 und der nächste ist nicht und dann hier genau brauchen wir ehren erstmal alle Gürtchen also nicht alle Gürtchen hmm 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 hurr 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 spiro wie wenn du einen strapp hurr 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 diesmal sind mir gerabbed Hier, nimm! Da seht ihr das Original, ne? Ja, das läuft direkt vom Sound. Yay, alle 400. 18 Stück, also 13 brauche ich nur noch. 10. 9. 5. 5. 3. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 15. 15. 16. 15. 16. 11. 13. 14. 15. 14. 15. 16. 16. ja so und werden versinken wenn du sie nicht befreit nach kopfstöße auf steine indem du springst und dann aktionen drückt okay groen die die versteinerten flusspferde befreien hier folge groen und hau ihre verwandten aus stein ich hab nur dieses Dingsbums für dich. Aber wenigstens ist es kein Stein. Stimmt, da sollen wir da. Dankeschön. Ja, ist ja eh nicht weit. Schade, ich dachte... Hä? Können wir da nicht hoch? Na gut, dann laufen wir so. Auch kein Problem, ne? Habt ihr euch mal... Okay, dann sind die Blätter drauf. Dann ist es trotzdem cool. Original war das ja auch so, dass da Blätter drauf waren. War keine Tiere, komischerweise. Hier vielleicht? Nee, aber guck, andere Blumen sind auch noch da. Das ist so, man... Danke, dass du mir hilfst. Es könnt ihr so viel fressen, bis ihr... Ja, fett und... Ja, ihr seid schon fett. Bisschen noch fetter werdet. Und größer. Okay, jetzt kommen die letzten Level-Welten von... Ich wollte sagen Spyro 2, aber... Spyro 3 ist... Doch, Spyro 2. Okay, die Frage ist, wo ist jetzt unser Gate? Bestimmt dort. Rechts, ne? Also, wenn wir hier lang... Laufen. Sommerwald. Winter... 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 Undra. Mal schauen, wenn wir ein Level shoppen. Das Abenteuer geht weiter. Ja, machen wir direkt Zaubersumpf. Mal schauen, was dort ist. Reise nach Zaubersumpf. 3.800. Hm, uns fehlen noch ne Mengele. Untertitelung des ZDF, 2020 Dachte früher, dass wir in Schnecken. Aber das sind ja Elefanten, ne? So, nun sind wir im Zauber-Rumpf. Waaah. Hey, du bist gemein. Wie viele brauchen wir? 20 Götchen. So, hallo. Hallo. Und rausfindest, welche böse Macht hinter dieser Katastrophe steckt. Ja, jetzt hab ich deinen Namen nicht gelesen. Haben wir eigentlich auf 10 jetzt gemacht? Ja. Ja. Oh Gott, ich dachte, ich krieg schon wieder Leben weg. Was macht ihr so, wenn ihr mich nicht seht? Ach, ihr Hund läuft rum. Okay, und dann greift ihr mich an hier. Na los. Mach schon. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, gefährlich. Waaah. Die sehen ein bisschen aus wie die... Ich wollte schon 11 Pferde sagen, aber... Wie die, äh... Wie die Elefanten aus, ähm... Dschungelburg, ne? Oh. Na ja, sammeln wir erstmal alle Edelsteine hier auf. Scheiß auf die. Sind das Enten? Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. hey du kann besser ausweichen bevor er mich angreift er spricht uns nicht nochmal an hey wirft der wumba früchte nochmal der wirft wumba früchte geil wie die von crash wie ist der heck ich hab hier noch meine wumba kerze das wenn du nachläufst sooo zack zack ok alle dreien und trofäer bekommt das war glaube ich beim ersten spiel jawohl na frosch was machst du so sag's aber nur hallo hallo gemein okay bewegen wir uns hier oh der spiel hat gleich nichts guck mal wie der elefant läuft voll süß hallo süß süß ja andere angreifen ist da mal oh man hört hier wie das wie die musik nochmal nachladen wird machen dass jetzt um ihren... Ich wollte schon Musch... Ja, Muscheln, ne? Hier sind, glaube ich, auch 400, wie immer. Naja, nicht wie immer, aber meistens. Oh. Aha. Hä? Kloppt du einfach auf, oder was? Ja, das hätte ich super gern. Bedeutet, wir brauchen immer noch welche. Das sieht nicht schön aus, hier. So ein bisschen Tatschpunkt mir nicht der Löwen, ne? Aber nur ein bisschen. Aber dann hoch mit uns. Oh. Aha. Professor. Professor. Ah, Spyro. Schön, dich zu sehen. Ohne meinen Bleistift bin ich völlig nutzlos. Ah, ich habe hier dieses Ei. Vielleicht kannst du es gegen meinen Bleistift eintauschen. Heb das Ei auf und tausche es. Hm, ich brauche diesen Bleistift wirklich dringend. Möchtest du ein neues Ei? Nicht so wichtig. Okay, ich habe viele Eier, falls du noch eins brauchst. Ach, und das nehme ich dann, ja? Okay, bedeutet... Irgendjemand will das Ei haben. Nur wer. Ah, ich vergesse. Scheiße. Scheiße. Fragi ist, wo diese ist. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Na ja. Mhm. Ich kann die jetzt leider nicht angreifen. Doch, kann ich. Scheiße. Hey Rhino. Nein. Naja, jetzt können wir da hochspringen. Mann, oh. Jetzt juckt mein Hintern. Like, kratzt du auch mal meinen Hintern? Hm, kratzt du mich auch mal? My ass. Ne, zu dir möchte ich erstmal nicht hingehen. Ne, zu dir auch nicht. Nein! Von tot. Fuck. Bedeutet die ganzen Seelen nochmal sammeln. Naja. 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 Hm. Hm. Auch. Hm. Ich brauche. Hier. Stand. Hand. ätigenen. Ich bin gdzieś da schlafen. Genial. Ein seltsai. Und was war das denn grade? Okay. Ah, das hat bestimmt was mit den Safari-Männchen zu tun. Hm, spieg ich eigentlich wieder auf? 100% von der Helligkeit? Ja. Hm. Oh, das ist so geil. Ich glaube, das ist nicht... Hm. Hm. Oh, ich muss eingenickt sein. Es scheint, als hätte ich den Springbrunn ausgehen lassen. Hier, nimm diese Kugel und sag Hydra nichts von meinem kleinen Nickerchen, okay? Okay, es fehlt allerdings immer noch ein... Ah, Spyro. Ein freundliches Gesicht. Diebe haben vier Zündkerzen geklaut. Und jetzt komme ich hier nicht weg. Bitte, hol mir die vier Zündkerzen zurück. Pasier, der Forscher. Fang Diebe, um die Zündkerzen zurückzuholen. Hol mir die vierte. Und hier auch? Enden? Ja. Ah, wir kommen! Ja. Ah, ok. cool hallo na du sieht ja krass aus ok auf geht zu den sie geht dann nicht so kann ich die angreifen hier bitteschön wenn wir schon mal hier sind besingen wir alle ne wohin mit dem jetzt hey woher kommt der denn jetzt auf einmal her hm das ist noch ein rhino hm 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 heh ach ihr seid die diebe ja alles klar euch fangen ich erstmal Hier sind keine, ja? Na gut. Ich gehe mal zum Doktor und Professor und frage ihn mal. Nein, das hilft mir nicht Spyro. Das ist so ein Radieschen, oder? Ja. Ich brauche hier einen weiteren Blumentopf. Wo, wo, wo hab ich ihn gesehen? Hier vielleicht denn drinnen? Nein, nein. Nein, nein. Ah, da ist noch was, okay. Da ist hier. Ja. Ja. Ich bin ja. Ich bin ja nicht mehr. Ah! Zum Brunnen. Tada, der Bleistift. Yeah. Okay. Gold. Gold. So. Mein Bleistift! Jetzt kann ich wieder das Alter des Universums berechnen. Hier, nimm diese Kugel. Elora denkt, ich würde sie verlieren. Klar. Wenn du so sehr mit deiner Arbeit beschäftigt bist, dank der Professor. Ja, dann machen wir jetzt die, ähm... Was waren das nochmal? Die Diebe, ne? Der erste Dieb ist... Hier. Bin mir dann nicht sicher, ob das der erste ist, wann er herkommt, ne? Eine Zimtkerze. Der nächste war dort oben, ne? Da. 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 Okay, dann mach doch mal den Weg. Scheiße. Tada. Nummer 2, Nummer 3 ist dann oben, ne? ok holen wir uns erstmal hin hier damit hätten wir ja ich wollte schon sagen alle aber nein na klar alle 400 und wann hast alle göckchen dort oben ist noch einer wir kriegen dich ok und der letzte ist bestimmt dort oben am rumlaufen wo ist Wo ist er? Okay gehen wir einfach alle nochmal durch. Dann wollen wir die Wege nochmal durchgehen. Irgendwo taucht das schon auf. Dann da 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 da. Pfui! Okay dann ging es hier lang. Dann hier runter. Hm. Hm. Seltsam. It doesn't buck. Okay. 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 So, okay. hmmm, krieg dich Tada Ich bin wieder mobil, hier, Drachenfreund, gehört eigentlich ins Museum, doch du hast es dir verdient Ja, dankeschön Okay, ja das war's mit der Level, ich hab hier alles gesehen Dann ab zurück nach Hause Mal schauen, wie die Endsequenz aussieht Schon wieder eingepennt Naja, wenigstens, äh, gab's keinen Kerbele Nun gut Naja, schaffen wir das noch? Dann bis zu einer neuen Folge von Spyro 2 Eryptos, wut auf das Ja, das war's Ja, das war's